Hallo ihr Lieben, Hi, Hola, Om Namah, Shiva, Ya. Ja, mein neues Video heute für das göttlich-weibliche. Ein Energie-Update, das ich heute schon den ganzen Tag in mir fühle. Und darum jetzt für euch, Lieben, für meine Seelengruppe, Seelenfamilie und alle, die mit mir verbunden sind, alle Dualseelen, Zwillingsflammen und Seelenschaare, dieses Update. Ja, also die, die mich schon ein bisschen kennen, die wissen, dass ich, wenn ich mich auf meine Reise mache, auch um ein Update für uns zu tun, dass das, wo ich den Platz aussuche, wo ich sitze und das, was vorher schon geschieht, dass das mit dazu gehört. Ich bin hier in einem wunderbaren Wald, wo sehr viel Moos und Frisches wächst. Also ihr seht schon den Platz hier. Und ich habe, ich weiß nicht, wie lange jetzt diesen Platz gesucht und nicht gefunden. Und ich war jetzt an einem Punkt, wo ich einfach nach oben das göttliche Gebeten habe, mir doch jetzt den richtigen Platz zu geben. Also es geht heute, oder es geht scheinbar gerade um die Verbindung, die Verbindung, die Verbindung in uns und auch, dass wir das Göttliche bitten dürfen. Es geht um, wir dürfen abgeben, ja. Ich fühle, wir Frauen sind gerade an einem Punkt, wo wir sind, wo wir gerade sind. Es ist ein Punkt, wo wir auch das, was in unserem Prozess mit unserem Herzmensch geschieht, abgeben dürfen. Wir dürfen es abgeben. Ja, das ist so wirklich die stärkste Energie, die ich gerade fühle, dass wir unseren eigenen Platz einnehmen, dass wir uns unseren Raum nehmen, dass wir für uns komplett einstehen. Komplett, wie das für jeden von euch jetzt auch aussieht, ja. Es geht um den Platz einzunehmen und dem Prozess, dem göttlichen Prozess zu vertrauen und dass wir abgeben dürfen. Und wir dürfen gerade alles nach oben abgeben und vertrauen. Und das fühle ich gerade am stärksten. Also für die, wo es zu lange ist, ihr dürft schon mal vorspulen zum Channeling. Ich werde gleich noch die geistige Welt fragen, was im Kollektivweiblichen gerade sich zeigt. Aber das ist für mich schon die Hauptbotschaft, ja. Also ich wiederhole mich noch mal, die Hauptbotschaft ist, dass wir in diesem Punkt, in welchem immer auch ihr auch gerade seid, euch komplett für euch entscheiden dürfen und das, was geschieht, auch mit unserem Herzmensch, dass wir das gerade abgeben dürfen und zwar in Liebe dürfen wir zur göttlichen Führung vertrauen. Und das ist ja, wie wenn wir einen neuen Raum öffnen, der erst mal sich auch sehr leer anfühlt und wo wir Kontrolle abgeben. Kontrolle abgeben und geschehen lassen. Verbunden, verbunden mit der Urquelle, ihr seht auch hier diesen Fluss. Verbunden mit Mutter Erde, verbunden mit allem. Und wir keine Ahnung haben, wo die Reise hingeht. Ja, also das schon mal vorab. Ja, also ich werde jetzt die geistige Welt um eine Botschaft bitten. Ich werde die geistige Welt für alle meiner Seelenfamilie, Seelengruppe, kollektiv, göttlich, weiblicher. Die in einer Dualseelen, Zwillingsflammen und Seelenpartnerschaft sind und eine Botschaft bitten. Was gerade geschieht, was Heilung, an Heilung geschieht. Diese tiefe Verbundenheit in uns geht uns tiefe Verbundenheit. Und die Hingabe uns komplett hinzugeben. Verbunden mit der Urquelle, dem göttlichen Fluss. Es fließen zu lassen, in uns, durch uns. Nichts mehr im Außen zu kontrollieren, sondern komplett in uns, uns unserem eigenen Plus hinzugeben. Unsere inneren Reise mit unserem Herzmenschen zu vertrauen. Vertrauen ist gerade ein ganz wichtiges Element für uns, völlig weiblicher. Uns zu vertrauen, unseren Herzmenschen zu vertrauen, dem göttlichen Plan, der göttlichen Führung zu vertrauen. Im Wissen, dass alles im Fluss ist, dass alles, was fließt, auch zu uns fließen darf. Wir können es nicht festhalten. Wenn wir es festhalten, kann es nicht fließen. Es kann weder fließen, noch zu uns kommen. Wir unterbrechen dann diesen Fluss. Geduld, Geduld, Selbstliebe, Selbstliebe, Selbstheilung. Viele Weibliche, also Themen mit der Weiblichkeit gehen in Heilung. Durch dieses Fließen lassen, durch dieses Fließen lassen, verbinden mit Mutter Erde, geschieht Heilung in unserem Wurzelschakra. Das Wurzelschakra, das Wurzelschakra ist gerade das, was heilt, das was, wie auch gereinigt wird. Durch dieses Fließen lassen, geschieht wie eine Reinigung. Es geht auch um diese Liebe zu unserem Herzmenschen. Hier still, hier still da sein zu lassen. Das ganz still und tief in uns. Wir müssen nichts damit tun. Also sie darf einfach nur sein, diese Liebe. Ohne etwas im Außen zu wollen. Ich rede von der momentanen Zeitqualität. Wie lange diese immer auch geht, das ist nur hier irdisch. Ja, diese tiefe, stille Liebe in uns hier da sein zu lassen. Auch wie ein Fließen lassen, ein Fließen lassen. Fülle, die sich in uns ausbreitet und uns Erfüllung gibt. Die uns erfüllt im Innen und die sich dann auch durch diesen Fluss, von dem wir uns mitnehmen lassen, in den Außen zeigt. Ja, meine Lieben, schöne Botschaften. Ich danke, bin dankbar, danke. Und ja, was gibt es jetzt da noch zu sagen? Unsere Reise, die uns immer weiter im Fluss mitzieht zu uns, zieht in uns und wir auf unseren Weg immer wieder ins Betrauen gehen dürfen, mit unserem Herzmenschen, mit uns, mit allem, mit allem. Okay, also für die, die mich immer noch nicht kennen, mein Name ist Andrea Maher. Ihr könnt da unter dem Video ein bisschen was über mich lesen, wer ich bin, was ich mache und warum ich was mache. Ich selbst bin seit 2016 in einer Dualseelen-Zwillingsklammen, Beziehung, Verbindung, Prozess und bin meinem Herzmann sehr dankbar. Ja, also ich freue mich wieder über ein Feedback von euch. Ihr dürft mir ein Like geben, ihr dürft meinen Kanal abonnieren. Ich werde morgen oder übermorgen für das Kollektiv-Männliche ein Update machen und da freue ich mich schon. Und jetzt sage ich Bye-Bye, Tschüss ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Abend, Vormittag, wann immer auch ihr das Video, die Botschaft seht. Und sage Namaste. Ich grüße das göttliche Licht in dir. Tschüss, Bye. Bye, Bye.